The Cake Escape ist eine virtuelle Band bestehend aus fünf animierten Mitgliedern. Das Projekt ist entstanden, weil es während der Pandemie vermehrt rassistische Äußerungen gab gegenüber asiatisch gelesenen Personen. Da wollte ich meiner Tochter etwas über Antirassismus erklären. The Cake Escape ist mittlerweile auch ein Kulturverein und es gibt mehrere Mürs in der Stadt Graz, zum Beispiel am Stadtbalkon. Wir möchten damit ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Wo Musik ist, gibt es auch immer Tanz. Unsere fünf Cakees performen die Songs virtuell und eine wechselnde Gruppe an TänzerInnen tanzt dazu live. Die TänzerInnen, die MusikerInnen, wir sind alle Teil dieser Community. The Cake Escape macht nicht nur Musik, sondern macht auch Aufklärungsarbeit. Die Aufklärungsarbeit findet in Form von Infografiken in unterschiedlichen Ausstellungen statt. Dafür werden die Themen Antirassismus, genderbasierte Diskriminierung und Feminismus aufgegriffen. Der Verein The Cake Escape bietet auch monatlich einen Antirassismus-Stammtisch an, bei dem wir einen Safer Space bieten können, in dem über Themen und Rassismus gesprochen werden kann. Cake, Escake Cake, Cake, Escape, Cake, Escape, Cake, Escape, 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 Escape